ja moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von die montage hotel testa ich bin acht jahr und ich teste heute ein hotel in breslau in polen ich habe das mit großen kleiderschrank mit einer riesen spiegelwand um sehen können die scheiße ich jeden morgen aus ich habe eine küchenzeile also mit herdplatte mikrowelle die becken kühlschrank und geschosspüermaschine ich habe jetzt noch nicht in alle schränke reinge guckt weil ich wollte mir erst mal ein bier kaufen auf jeden fall finde ich das ja schon mal echt fashion hier schließt die toilette ein ich will mir lieber nicht so weit rein weil ich war schon kacken und weiß nicht ob ich alles schön dauer gemacht habe auf jeden fall gibt es ja sogar kaffee und zucker also das ist schon da und finde ich total klasse dass man sich kaffee machen kann ein tisch in der küche und freue ich euch das schlafgemacht zeige wollte ich euch noch kurz die ansicht der stadt zeigen gefällt mir erst mal er kann nicht nicht laufen muss die ganze zeit auto szenen kommen wir nun zum schlafgemacht den balkon habt ihr ja schon gesehen als ein bisschen fashion ein bisschen im probi aber sehr gemütlich ich finde es ja echt angenehm es ist sauber und man hat uns am anfang fragt ob wir eine zimmerreinigung pro tag wünschen oder alle drei tage oder irgendwas und ich denke mir kommen wir mit 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 einmal in der woche kommen wir hier klar es ist sehr schön hier wieder die sache gehen ciao und tschüss bis später euer montagehotel tester tschau tschau tschau